Das ging ja schnell los. Herzlich willkommen, ihr lieben Homies, zu einem neuen Let's Play. Ich habe Yves überrascht, die hat überhaupt keinen Plan. Ich habe überhaupt keinen Plan. Ich weiß gar nicht, was hier abgeht. Was sind das für komische Schuhe mit Schuhen? Ich habe keine... Was soll das sein? Papierfetzen? Ja, schon mal nicht schlecht. Wir drücken einen Knopf. Gut, dann drück mal ein... Ich bin verwirrt. Wir sind zwei Spieler. Und die gucken sich voller... Was geht bei denen ab? Alter, was ist das? Bitte halte den Joy-Con wie gezeigt. Drücke einen beliebigen Knopf. Ich bin übrigens Speedy. Und ich Yves. Und verwirrt. Ich bin pink, glaube ich. Was? Was? So wird gespielt. Verwende Laufen, um dich zu bewegen. Fülle die Form und... Entschuldigung. Halte still. Nutz... Perfekt, ich weiß schon Bescheid. Nutzend bewegen, um dich zu ducken oder dich zu strecken. So. Drücke rechts, um die andere Figur zurecht... Halte gedrückt, um dich zu erneuern. Drücke rechts, um die andere Figur zurechtzuschneiden, wo sich beide Figuren überlappen. Ah. Aua. Ach ja, jetzt muss ich dich hier ausschneiden, ne? Ja. So, ungefähr. Wie geht das denn? So. Aha. Vollsüße. Und drücke links, um dich wieder richtig zu machen. Hey, hey. Drücke SL und SR, um dich zu drehen und die Form zu füllen. Ich hab Spaß. Oh Gott, ist das gekloppt. Was geht hier ab? Oh. Was? Was? Ich hab Mut! Drücke runter, um zu springen und den Radiergummi zu drücken. Äh, was für ein Radiergummi? Runter, um springen, um... Was? Radiergummi? Welcher Radiergummi? Ja, oh. Achso. Uh. Ich bin wunderschön. Gemeinsam überwindet ihr jedes Hindernis. Ich glaub nicht. Ich drücke Plus, um dem Hauptmenü, den Einstellungen, die Einführung anzusehen. Oh, no, 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 no. Ich bin immer weg. So. Es ist ein Rätselspiel. Ja, ich hab's befürchtet. Neckische Notizen. Okay. Abenteuer in einem verrückten Notizen. So, voll in... Fangen wir am Anfang an, ne? Voll in Form. Oh mein Gott. So. Bist du begeistert? Es sieht süß aus, aber... Ach, Hälfte, Hälfte. Hm, hm. Warte mal. Jetzt geh ich ja mal so hin. Hä? Hä? Ich muss die Hälfte von dir abschnibbeln, du Socke. Ich muss ein Stück von dir abschnibbeln. Eher die Hälfte ungefähr. Die Hälfte? Oua. Es war genau falsch rum. Wichtigste, kann ich nix mit anfangen. Ja, da warst du wieder richtig. So, das wird sehr witzig. Hm, hm. Ach ja, ich muss dich ja auch noch schon an. Äh, 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 die Seite. Das, äh, wird sehr witzig. Ja. Ja, ist richtig, ne? Weiß ich nicht. Ich glaub schon. Nium, nium. Wie, die Hälfte von dir nach oben schwebt. Ach, dein Ernst. So, cool, guck. Wir sind gut. Wir sind gut, nix passiert. Das ist zu viel abgeschnitten. Hallo. Ja, zu viel, das ist nicht genau genug. So. Gut, äh, ja. Genau, stell dich mal da hin. Gut, ja, ich steh hier. Ich komm nicht höher. Der Gesichtspost. Einfach, weil's witzig aussieht. Oh, okay, Entschuldigung. So. Jetzt hast du dich bewegt. Ja, das kann dauern. Du hast ein Stück von... Komm mal, ich bin zu dünn. Wir scheitern schon am ersten Level. Oh, das sieht gut aus. Oh, das sieht sehr gut aus. Wie schneide ich dich denn jetzt? Ja, das ist jetzt dein Problem. Hier. Oh, das ist mein Platz. Geh weg. Und, 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 und. Zeige. Geh noch zwei Zentimeter weg oder so. Weiter nach links. Rechts. Oh, kann doch nicht sein. Nicht genau genug. Warte mal, warte mal. Nein. Bleib so, die Chinese. Jetzt musst du mich noch, kleiner Schatz. Wir haben Vogel gemacht. Wie machst du das? Mit, mit rechts. Oh, nein. Oh, keine Eier mehr. Was zur Hölle? Wir haben es geschafft. Hey. Baseball Club. Ach, du Heilige. Stopp. Hey, das war sogar richtig. Cool. Und ich gehe. Let's play. Oh, ich gehe. Oh. ohohoho Aaaaaaah! Aaaaaaah! So. Krieg! Krieg! Hamsterhilfe! Ooooooh! Ich mag keine Hamster. Nur ein Witz, ich mag Hamster. Oh! Die Musik ist schön! Wee, wee, wee. Wee, 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 wee. Ah! Irgendwie muss man das hier... Ich glaube, wir müssen uns... Ja, schneid mich mal flach als... Okay, oder ich schneid dich flach als, äh... Rücke. Kannst du mich noch ein Stück abschneiden? Äh, Moment. Du kannst auch ganz fein machen, wenn du nicht direkt nach unten drückst, ne? Ganz fein. Ja! Los Hamster! Lauf! Ja, der muss auf den Knopf drücken. Ah! 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 Was ist das? Ah! 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 Was hast du jetzt davon? Los, überroll sie! So, jetzt. Glühbienchen. Leichtes Prinzip, ne? Wird sicherlich mega schwer. Wo muss das hin? Hier hin. Ja, da hin. Sorry, aber die Lache. Komm mal her. Kleiner. Glühb dich mal. Warte mal, warte. Geh mal hoch. Geh mal runter. Runter. Und jetzt. Warte. Jetzt spring. Nochmal. Springen. Das war halbherzig. Warte, mach dich nochmal zusammen. Ich war falsch rum. So, jetzt drehst du dich um. Warte, wie soll ich mich... Achso. Wie soll ich mich denn umdrehen? Und jetzt springst du. Warte, 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 warte. Okay, ich springe. Ich springe. Jetzt. Und nochmal. Nochmal. Wart? Nochmal. Ah. Verdammt. Ich dachte, wir könnten das auf hier einschalten. Meine Hose leuchtet. Geh da lang. Geh da lang, du kannst. Ja, warte, nochmal. Nochmal, warte, 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 warte. Geh nochmal unter mich. Also, zu mir. Und springender Nummer. Alter. Gut, ich bin hier. Ich springe. Drei, zwei, eins. So, jetzt müsste der doch bei dir reinpassen. Warte, lang, du. Kleiner Dobe. So, jetzt geh nach oben, kleiner, kleiner Faggot. Viel komplizierter, als es wahrscheinlich sein muss. Aus-Prinzip. Aber es sah elegant aus. Und... Schnitt. Es kann nur schief gehen. Oh mein, was geht hier ab? Was soll das sein? Perfekt. Ich muss dich dün... Bück dich mal. Nee, hier. Geh mal hier so. Oh Gott. Ja, so richtig. Wie, ja, so richtig. Ja, so, hier, so. Am Ende der... Dankeschön. So. Jetzt auf die anderen Seite. Was? Was? So, jetzt müsste es so dünn genug sein. Um da reinzukommen. Wie, um wo rein... Was? Da! Ja, dreh deinen Kopf. Hä? Ja, wir müssen uns so formen, dass wir da reinpassen. Und ein Foto machen. Huh. Na so. Nee, einer muss reinpassen und einer muss das Foto machen. Hä? Es geht gar nicht, wenn nur einer da rein... Das passt gar nicht. Das ist wunderschön. Okay. Es muss zu zweit. Ja, mach dich mal wieder zusammen. Dann gehst du jetzt mal da zur Seite. Was? Wie vorhin. Ja. So, ich schneide dich mal auseinander. Warte mal. Dreh dich mal um. Wie, dreh dich mal um? Ja, mach dich mal unten gerade. Ah. Ja, dann dreh dich auch mal um. Ach Gott, wie das auswit. Äh. Funktioniert das jetzt überhaupt? Warte, ich... Vorsichtig. Ach, wir müssen das Ding ausschneiden. Das ist doch das Gute. Warte, Moment. Vorsichtig, vorsichtig. Oh, okay. Dann halt so. Ach so. Ey, das ist super. Ich glaube, wir müssen hier reinpassen. Nee, 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 nee. Ich glaube, wir drücken jetzt hier drauf und dann... Naja, wir müssen da rein. Ja, wir sind noch zu groß, ne? Ja, wir sind noch zu groß, ne? Ja, oben. Warte. Schön. Wir sind zu dumm für dieses Spiel. Das wird noch sehr witzig. Das wird noch sehr witzig. Das wird noch sehr witzig. Wirklich ein bisschen. Das ist doch super. Ja. 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 Was willst du eigentlich, Meckertrine? Hey. Schneid mich aus. Du willst es doch auch. Ja, mich ausschneiden. Ja, wir müssen die Seiten noch ausschneiden. Und dann müssen wir da rein. Ah. So denke ich mir das. Ja, also, ähm, die Musik ist schön, die Gesichter sind schön. Und ich wette, das hier ist noch leicht. Warte, warte, ich bin hier. Nicht, dass du mich jetzt klein schmierst. Nein, 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 nein. Ja, mach das lieber mit der geraden Seite. Wenn das ein Problem ist. Hey. Oh, Mann. Wir haben den Hasen geschaffen. Pew, pew, pew. Ja, wir haben den Endboss freigeschaltet oder sowas. Den Endboss. Neu, ein lachendes Ei. Platzprobleme. Gut. Dann platzen wir mal vor Problemen. Also, ich finde das Spiel mega süß. Süß ist es so. Was zur Hölle geht hier ab? Hallo, 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 hallo Schweineballon. Oh, hab ich hier schön gemacht. Äh. Ja, ich würd mal sagen, ne? Warte. Kamera auf mich drauf. Ja, bück dich mal. Ja, bück dich mal. Okay. Ich glaube, du musst mich so schneiden, dass ich einen Haken habe. Oh mein Gott, du hast einen Haken bei der Sache. Ich wüsste es nicht. Äh. Das müsste doch so gehen eigentlich, ne? Ja, genau, ja. Auf beiden Seiten dann so ein bisschen? Ne, auf einer. Bücken und schneiden. Oh. Oh. So. Jetzt gehst du hoch. Oh. Oh. noch mal machen erst mal den ob das überhaupt ein einfach nur zu gucken ob das funktioniert super du musst drauf springen müssen platzen lassen das bringt gar nicht mehr was soll ist bei dir kaputt kleiner wie soll ich dann bitte drauf springen hatte mal ich kann so nur gegen die wand springen vielleicht musst du warte mal warte mal warte mal so wirklich mal jetzt nicht so nah okay verstehe ja so ist logisch hoffentlich logisch genug lauf doch nicht so rede ich doch andersrum und so drauf mein fehler ich komme ich kann ja ja nein ja nein vielleicht was da ja das war gut die freuen sich und ich stehe auf ich kann mich nicht bewegen ich glaube ich du bist zu dick damit ich kann nicht hoch springen weil du so dick ist ja geh nach oben ich kann nicht nach oben springen weil du zu dick bist du bist erst von mir runter ich meine ich da nach oben ich glaube du musst mich anders schneid mich noch mal auf der anderen seite ein aber lass mir ein stück mir ein stück ach so das sieht bescheuert aus hallo ich bin stück kapier ich kann nicht bescheuert aus und ja ja oh nein warte 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 und lass mich doch einfach auf dich drauf damit ich pieksen kann ich bin so kompliziert ich will das ding haben gleich ist das wieder im richtigen reich so so oh oh springt yeah oh das will ich getötet zweimal okay basketballkorb wieder ein basketballkorb ja unsere besten freunde ja meine rede hast du das brettgesinkt ja ich piek hier schon ich wollte gerade pieken du hast mich warum warum da hab ich doch grad nicht mach mich mal spitze toll geh mal hoch nein hast du es auch gesagt geh mal hoch hoch so geh mal rechts schnell los Ja, räum' mal rüber. Uh, voll gut. Oh, pass auf. Okay, du musst mir nur helfen, das Ding irgendwie da reinzukriegen, ne? Ja, mach ich. Ich schleiche, ich schleiche. Nein, mach doch nicht so was. Du Kartoffel. Los, geh hoch. Oh, warte mal. Oh, ein Herz und eine Seele. Wie ich dabei gucke. Ach, du bist. Cheater. So geht das. Bevor du schneiden kannst. Oh. Präzisionsgriff. Unser Ding. Äh, ja. Uh, ein Affe. Hä? Ach, das macht das da oben auch. Der hier macht. Aber so. Ach, warte mal, warte mal. Und dann musst du so... Geh mal auf mich drauf. Ach, der muss die Kugel da kriegen. Oh, du musst die Kugel bewegen. Oh, du musst die Kugel bewegen. Oh, du musst die Kugel bewegen. Äh. Kommst du? Doch, der muss erst mal dich schnappen. Okay. Oh. Ach, jetzt müssen wir dir. Ah, geh mal runter. Ach, du musst mich formen. Damit ich schön grabbelbar bin. Haha, grabbelbar. Ja. So. Oh, da freu ich mich. Da werd ich ganz rot. Du siehst aus wie ne Vase. Ich bin die beste Vase hier, ja. Oh, schnell auf. Hör mal, lass mich runter. Oh, die Vase freut sich. Ich bin eine glückliche Vase. Ich bin eine glückliche Vase. So, dann können wir jetzt den Endboss machen und dann ist der Park zu Ende. aber wunderschön. Hä? Der Eierfall. Was? Äh. Freier Eier. Ja. Was sagst du zu diesem Überraschungsspiel? Oh mein Gott. Warum? Warum gibt es das? Warum? Es ist süß. Oh, Eulen! Oh. Äh, Eulen und ein Baum und... Kann eine Schweine sein? Was ist das? Ein Schwein und eine Wolke? Kann man die... Okay. Ich geh mal runter. Und ich geh mal hoch. Ja, und das war's mit dem Let's Play. Ach. Äh. Warte, die Eule hat mal... Ach, so wie ich mich bewege, so bewegen sich die Eulen. Ach, die verschiedenfarbigen Eulen. Das heißt, du musst jetzt... Du musst dich anders drehen. Ich wette mit dir. Warte. Wir müssen gleichzeitig dann nach, äh, links. Oder wo? Drück. Hab ich. Ja, du bist doch ausgeschnitten. Ach ja. 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 Ja, jetzt. Ey. Ey. Oh, du, du, du. Ich war's alleine. Oh. Oh. Das hast du toll gemacht. Du Held. Und du warst eigentlich super. Ja, vorsichtig. Ich schick dir das Ei rüber. Dreh dich um. Dreh dich ganz, ganz, ganz um. Nein. Nein. Du bist doch... Du bist doch so ein Gefäß. Du bist ein Gefäß. Ja, genau. Ja. Dreh dich anders. Ja, genau. Ja, und dann gibt es trotzdem wieder... Ja, dreh, dreh. Wie bei einer Chemis. Ah, okay. Jetzt. Oh, ja. Uh. Wir sind... Was? Oh, das ist zerkrackt. Gut, dass das nicht mein Kind war. Boah. Oh, hat sie nicht gesagt. Na. So, das muss so landen. So. So. Oh. Oh. Da dreh ich durch. Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Oh, warte, das könnte sogar funktionieren. Genau, machen wir so. Das fällt doch da runter und zerknackt. Das fällt doch da runter und zerknackt. Du Faggot. Ja komm, ey. Ja, dreh dich mal. Hä? Ja. Alter, niemals. Warum nicht? Ja, mach. Doch nicht so wie du stehst. Hä? Weich doch. Du bist bescheuert. Du musst mich klein schneiden. Warte, 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 warte. So. Jetzt dich drehen. Ja. Wunderbar funktioniert. Dreh dich. Boah. Jetzt hängt alles an dir. Jetzt mach ich einen Touchdown und zerquetscht das Ei. Los, gib raus. War gut. Alter. Diesmal hab ich gewonnen. So, das war's mit dem ersten Part von Snippern. Nächstes Mal gut. Nein. Beim nächsten Mal gibt es... 9, 9, 9, 9, 9 und 8 von 10. Ja. Wir werden viel Spaß damit haben. Guck mal, das ist Gold. Warum? Das ist was Besonderes daraus. Oder wir haben das perfekt gemacht und das nicht oder so. Ja. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis zum nächsten Mal. Tschau. 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 Musik. Tschau. Tschau. Vielen Dank.